Jetzt hast du den Schwertschlepper. Jetzt mache ich mal mit dem Schwertschlepper. Hier hast du einen weißen Karton. Soll ich ein bisschen klexeln? Ja, klexeln ein bisschen. Hallo, die Gebäude des Tages ist heute Atelier. Atelier? Nein, andersrum. Du fängst am Körper an. Hier gibt es so eine Spirale. Du händest mit den Nägeln nach außen. Tschüss.